Hallo und willkommen zum zweiten Mana Talk. Heute mit dem Thema 10 Dinge, die wir in WOTLK geil finden. Der gute alte Nico ist natürlich wieder an meiner Seite und ich würde sagen, ohne viel Zeit zu verlieren, starten wir einfach mal mit Punkt 1. Punkt 1 auf unserer Liste ist der Dual Spec, wo ich direkt sagen muss, es ist für mich persönlich als jemand, der eine heilende Klasse spielt, ein unfassbarer Quality of Life. Also Vorteil, Feature oder wie man es dann halt auch immer nennen will. Davor in TBC hast du dich halt immer entscheiden müssen, spiele ich jetzt in meinem Fall als Shadow Priest, kann ich gut questen, komme ich gut durch oder spiele ich Heiler und heile ein paar Dungeons. Wobei man natürlich auch immer sagen muss, ich habe immer Shadow geskillt gehabt und hatte halt einfach ein bisschen Healgear. Hat schon auch funktioniert, aber in gewissen Situationen war es halt einfach nicht so geil und hat dann auch einfach nicht so Spaß gemacht, wenn irgendwie der Heal dreieinhalb Sekunden gedauert hat und du einfach gefühlt superschnell OOM warst, hat sich einfach nicht richtig angefühlt. Was ist so deine Meinung zum Dual Spec, Nico? Ja, der Dual Spec bringt eigentlich nur Vorteile mit sich und du hast es ja gerade gesagt, wenn man heilen will am Ende oder wenn man tanken will am Ende oder wenn man PvP und PvE spielen möchte, dann ist das ein absoluter Game Changer. Ja, als Main Tank so gesehen kann man sich klar als Tank anmelden, als DD anmelden, man kann im DD Spec die übrig gebliebenen Quests machen, Daily Quests, alles so was es, sag ich mal, ankommt. Man ist flexibel, man kann eine PvP-Skillung sich noch mit reinschmeißen, ohne jedes Mal 50 Gold ausgeben zu müssen, wenn man ein BG dann switcht oder auch nicht. Also es hat ausschließlich Vorteile und es ist natürlich zu empfehlen, jedem, der Tank oder Heal spielt, sag ich mal, dann im Dual Spec zumindest die DD-Rolle auszuwählen, meiner Meinung nach. Denn, naja, wenn man Heal und Tank als Paladin zum Beispiel auswählen kann, dann glaube ich, macht das relativ wenig Sinn. Lass uns beim Dual Spec mal noch einen Schritt davor anfangen. Denn beim Leveln, was ich beim Dual Spec ein bisschen merkwürdig finde, ist, dass ich ihn zwar schon in Anführungsstrichen mit Level 40 erwerben kann, dafür dann aber 1000 Gold bezahlen muss. Also ich würde es besser finden und das ist jetzt kein Mimimimi, weil ich als gestandener Spieler, ich habe das Gold und ich habe auch die Twings und es passt alles. Aber stell dir mal vor, du bist ein neuer Spieler, okay, du fängst von Null an, wirst grad Level 40 und denkst dir, eine zweite Talentspezialisierung wäre schon geil. Und dann musst du 1000 Gold ausgeben. Also meiner Meinung nach wäre es cool ab Level 20 und dann für 100 Gold. Oder? Also findest du nicht, dass diese Einschränkung schon ein bisschen hart ist? Nee. Nee? Wenn wir ehrlich sind, Klassen, die zwei Sachen können oder Hybridklassen, die können, wie du es anfangs auch schon gesagt hast, im DD-Spec heilen. Die können im DD-Spec tanken. Es ist einfach bis zu einem gewissen Level nicht nötig, einen Dual-Spec zu benutzen. Also selbst jetzt die NACs in Lich King, wenn wir ehrlich sind, da kann jede x-beliebige DD-Klasse die Nebenbeine in den Hiel schmeißen, kann prinzipiell das auch so machen und auch als Tank. Ja, okay. Dann schmeiße ich als Paladin meine Aura an und ziehe mir ein Schild an und gut. Okay, dann gehe ich da noch mit. Das ist das Maximum, aber und ja, 1000 Gold sind 1000 Gold, das ist schon irgendwo, ja, na, irgendwo nicht mehr eine Hausnummer. Klar, als neuer Spieler, sehe ich es einen, als komplett neuer Spieler hat man vielleicht mit Level 40 keine 1000 Gold. Auch nicht auf Level 60? Ja, also spätestens, spätestens irgendwann in TWC, wenn man dann questet, sollte man das definitiv auch irgendwie schaffen. Hast du halt die Überlegung, kaufe ich mir nicht episches Reiten, also episches Fliegen meine ich, Entschuldige, weil dann bin ich ja noch schneller unterwegs und dann quest' ich lieber nur anstatt Dungeons zu spielen und scheiß auf den Dual-Specs, so auf gut Deutsch gesagt. Also, ich gehe mit mit dem, dass man ihn vor Level 40 nicht braucht, okay, aber dann für ein bisschen weniger Gold. Ähm, ich will da jetzt gar nicht rumheulen, weil, wie gesagt, mich hat's gestanden, Spiele, mir ist das scheißegal. Ja, aber man muss doch nicht alles haben. Wenn ich schnell fliegen will, spare ich 5000 Gold. Wenn ich zwei Specs zum Leveln haben will, muss ich 1000 Gold ausgeben. Also, irgendwo ist es schon, ich finde es absolut richtig, da auch vielleicht einen etwas höheren Cut einzusetzen von 1000 Gold. Anstatt zu sagen, hier, äh, ich schmeiß dir für zwei, drei, 400 Gold, äh, den Dual-Spec hinterher und weil wir gerade dabei sind, Epic-Fliegen kostet jetzt auch nicht mehr 5000, sondern 1000 Gold. Äh, Kaltwetterflug kriegst du umsonst, weiß nicht, es kam eh irgendwann, genauso wie du's sagst, aber... Nee, nee, ne, ich meine, eine schnelle Fliege, irgendwo diese, ja, sag ich ja, Epic-Fliegen. Das kostet 5000. Das kostet 5000, hab ich gesagt. Achso, ich hab bei dem wie 1000 verstanden. Nee, wenn wir gerade dabei sind, den Dual-Spec runterzukutten vom Preis heran, kann man das mit dem Epic-Fliegen auch machen. Achso. Du hast jetzt eh schon, anstatt, äh, was war es vorher, 60 oder 80 Prozent Schnelligkeit, hast du jetzt eh schon mit, äh, mit einem Pre-Patch von Lich King die 150 fürs normale Fliegen bekommen, was, was eh schon, ja, Zugeständnis hört sich jetzt vielleicht übertrieben an. Aber, naja, ist das auch geschenkt, so gesehen. Ich meine, wir haben eh kaum noch großartige Hürden, wo man sich vielleicht ein bisschen anstrengen muss, außer es sei es, es sind jetzt vielleicht die Erfolge für die Protodrachen, aber irgendwo musste schon, oder sollte es zumindest in meinen Augen, ein Nice-to-have haben und kein Must-have. Und von daher sind die 1000 Gold auch meiner Meinung nach weiterhin berechtigt. Ja, also für neue Spieler sind die 1000 Gold, finde ich, zu hart, wenn du komplett von vorne anfängst und dir denkst, das ist jetzt einfach nur eine Hürde, dass ich nicht so spielen kann, wie ich will, für, wenn ich mein Alt oder mein Twink hochziehe, ähm, ja, dann ist es mir egal, weil die 1000 Gold habe ich schon oder die erfahre mich mir halt auch. Aber lass uns mal weggehen von den Voraussetzungen, ähm, nochmal kurz hin, so, benutzt du den Dual Spec, du, ich meine, du spielst einen Todesritter, brauchst du beide, du spielst ja DD und Tank dann, oder was? Ja, klar, äh, Tank ausschließlich in Red und HCs oder in Innis halt. Mhm. Und für alles andere habe ich, äh, das DD-Gear, also sehr schmarrn. Ich meine, gut, beim Todesritter ist es jetzt vielleicht nicht allzu dramatisch, aber als, weiß ich nicht, als Paladin-Tank, also Retri und, äh, Def, das, Brot ist, sind meiner Meinung nach immer noch Welten, wobei es ja auch wieder verschwommen ist, der, der Brot macht mehr Schaden inzwischen. Ich glaube, beim Krieger ist es noch krasser, da, durch, durch dir, durch den Rache-Proc kannst du ja, machst du mehr Damage-AE-Farmen als, äh, sonst was. Levelt man nicht als Brot-Worry? Also ich glaube, man levelt als Brot-Worry? Kann man definitiv, wenn du AE levelst. Ja, ich glaube, das ist fast the way to go. Proc, und, äh, wenn du, wenn du den nicht hast, also, äh, Single-Target-Leveling, dann hast du ein kleines Problem, dann machst du da gar keinen Schaden. Also. So weit ich das weiß. Wo ich, wo ich, wo ich beim, beim Dual-Spec nochmal sagen muss, also als Priester wünschst du dir, also, also heilender Priester wünschst du dir fast sogar noch eine dritte Talentspezialisierung, weil du da hin und wieder, ähm, eigentlich Shadow gern behalten würdest, wenn du questest, und, ähm, jetzt spiele ich Diszi, aber wenn es schon einen Diszi gibt, dann würde ich ja gerne auf Holy gehen. Ähm, das ist jetzt aber beschwerend auf, auf hohem Niveau. Der Druid, der hätte gern viel. Ja, ja, ich weiß schon. Also, ich glaube, brauche mal, das nehme ich auch gerne zurück. Also, da lassen wir schon froh sein, dass wir, dass wir das, äh, so haben, dass es einen Dual-Spec gibt. Ich meine, im Classic warst du prinzipiell festgefahren auf dein, äh, auf dein, äh, Speck, weil du noch 39 andere Leute gehabt hast, die vielleicht auf deinen Off-Spec dir die Gears weggerollt hätten. Also, von daher, ähm, es ist, wie ich es gesagt habe, nice to have, aber man, man braucht es nicht. Und dadurch, dass, dass das so angeboten wird, finde ich es auch in Ordnung, dass es eben noch wenigstens etwas an Gold kostet, weil, ja. Ja, sonst kommen wir wieder in das, äh, noch mehr Casual rein, als es eh schon ist und alles ist halbwegs umsonst und man kann sowieso alles haben und dann gehen wir auch wieder Richtung Retail. Ja, okay. Ich meine, wenn man, wenn man als neuer Spieler, als, als Holy Priester levelt, dann braucht es eh einen anderen, der dir sagt, mach das bitte nicht. Ja, definitiv. So gesehen, von daher, und dann kann man denen auch noch fragen, hast du mal ein Tausender übrig? Ah, okay. Okay, dann gehen wir mal einfach direkt zum zweiten Punkt, ähm, da haben wir jetzt notiert, das Klassendesign, also, das ist, damit meinen wir so Dinge wie, in TPC hast du fünf Chamis gebraucht. Und du hast halt, ähm, einfach pro Gruppe einen Kampfrausch, oder wie ist es bei deinem Heldentum, glaube ich, ähm, benötigt, sonst bist du eigentlich nicht nach Sunwell gegangen. Ähm, oder halt ungern auf jeden Fall. Jetzt, ähm, ist dieser eine Kampfrausch, oder halt das eine Heldentum, ist halt einfach raidweit, jeder Spec ist spielbar, also hat zumindest seinen Einsatz. Vielleicht der Täuschungsschurke zum Beispiel eher im PvP oder, ähm, der Ice Mage halt auch eher im, 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 im PvP und solche Geschichten gibt's natürlich schon, ähm, aber du kannst sonst alles mitnehmen. Du bist der, du hast ja, du hast ja bis jetzt jede ID, äh, geradet und, ähm, hast ja, ja, jeden Raid schon im 10er und im, und im 25er gecleared. Ist dir irgendwie eine besondere Klasse jetzt schon aufgefallen, so im, im, im T7-Bereich, die unfassbar ballert? Oder eine, wo du sagst, dies, hättest du mehr erwartet? Gibt's sowas? So gesehen nicht wirklich. Ähm, also sind schon alle so auf dem... Fast jede Ausrichtung hat seine Berechtigung. Klar, wie du gesagt hast, so passt rein der PvP-Specs vielleicht nicht. Ähm, beim Hunter hat sich der MM ziemlich nach hinten gesetzt, was, äh, Design ist, aber... Da kommt noch. Ich muss, ich muss gestehen, als, als Raid-Leiter schaue ich inzwischen wirklich nicht mehr so krass drauf, wer ich wen mitnehme, also wer ich wen ich mitnehme, welche Gruppe ich den stecke, äh, solange das Wichtigste mit da ist an Buffs. Und dadurch, dass ja mehrere Klassen dann auch prinzipiell dieselben oder minimal besser, minimal schlechter als eine andere Klasse die Buffs mitbringt, äh, Stärke Totem und Horn des Winters vom Druiden zum, äh, vom, vom Todesritter zum Beispiel. Ja, es macht's, es macht's einem wirklich einfacher, da zu sagen, okay, wir haben jetzt nicht das beste Setup, ich brauch Gott sei Dank keine fünf Schamanen mehr jedes Mal. Ähm, aber ich bringe ungefähr 90, 95 Prozent aller Raid-Buffs im 25er, wobei im 25er ist es eh, da, 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 wenn du eh nicht alle Buffs hast, dann... A, es ist wurscht, aber B, es ist fast unmöglich, wirklich alle Buffs zu bekommen. Und ja, es, es macht einem wirklich, zumindest als Raid-Leiter's Leben, wesentlich einfacher, nicht schauen zu müssen, dass du fünf Druiden hast und nicht schauen zu müssen, dass der, der Buff wirklich da ist und hier ist und da, also... Ja, ich mein, im 25er geb ich dir recht, weil du da halt natürlich so gut wie alles abdeckst, wenn du einigermaßen, ähm, äh, verteilt im, im Raid hast, also jetzt irgendwie nicht nur, keine Ahnung, zehn Decays und fünf andere, also dann, ähm, wenn man so ein bisschen ausgewogen die Klassen im Raid hat, dann kommt man da auch auf jeden Fall hin. Und mit dem Punkt mit, du, du guckst gar nicht mehr so wirklich, wer in welcher Gruppe ist, da, glaub ich, muss ich aber ein Veto einlegen, weil da muss man schon noch ein bisschen schauen. Weil wenn du jetzt ein, 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 ein Shami, also ein, ein Heels-Shami hast, der, der muss halt in seine Heiler- oder in seine Caster-Gruppe. Also das meinst du jetzt nicht damit, da schaust du schon drauf, weil der hat halt seinen Mana-Flut und das zählt nur Gruppen. Ja, natürlich, ja, natürlich. Solche Geschichten halt. Caster-Mili-Gruppen, das, aber vielleicht ist das auch einfach schon so... In dir das ist. ... gut eingegangen, sag ich mal, dass das Auto, dass das ein Automatismus ist. Aber, ja, es gibt ja... Mei, ob ich jetzt, ob ich jetzt, ob ich jetzt, ob ich jetzt einen, weiß ich nicht, wirklich einen Enhanza mit Stärke-Totum hab oder halt einfach einen Frosty-Kar noch mitnimm. Es ist mir dann relativ, ich such dann nicht unbedingt explizit so nach Klasse aus und sag, okay, in der Gruppe muss unbedingt das sein, weil ich weiß, äh, das Horn macht's auch so gesehen. Vielleicht, oder andersrum, das Totum ist nicht so stark wie das Horn, das Horn wird überschrieben, bla, bla, bla. Ja, natürlich schaut man, dass man ungefähr dann auch die Klassen hat, sodass sich die Buffs nicht überschreiben, aber, ja, solange du die grobe Richtung Heiler, Milli, Tank und Caster-Gruppe einhältst, kann dir eigentlich nicht viel passieren. Aber für dich dann definitiv ein riesiger Vorteil, also vor allem aus dieser Raid-Lead-Situation, du hast ja auch in TBC komplett Raid-Lead gemacht, ähm, da hast du jetzt auf jeden Fall weniger Probleme, weil du halt viel weniger schauen musst. Oder halt vor allem aus dem Punkt 1, äh, du hast den Dual-Spec. Zur Not sagst du halt, äh, heute gehen wir nur mit 3 Heilern oder mit 4 Heilern und du bitte dann halt noch auf die D-Spec gehen. Plus halt natürlich. Oh, absolut. Wenn ich, also, jetzt Montag wieder 10er, man hat klar seine 2 Tanks, 2 Heiler, aber Naxx kannst du zu 90% mit einem Tank machen. Das heißt, ich lasse unseren Parler-Tank tanken und ich, äh, setze mich bei, bei Bossen dann wieder als Tank-DTK mit hin, Patchwork oder 4 Reiter, wo ich weiß, wir brauchen den zweiten Tank. Mhm. Alles andere, dann switche ich es nur um auf die D-Spec, was ja an Gear 3, 4 IDs, was wir jetzt haben, auch recht anständig ist. Nicht Biss oder so ein Shit, aber, äh, ausreichend für den aktuellen Content. Und dann sag ich, gut, dann mach ich halt die Idee und kümmer mich derweilen um irgendwelchen anderen Mist, was definitiv möglich ist. Und das ist es ja. Ja. Und ich meine, ich muss nicht, äh, ich muss nicht 5 Schamanen wirklich mitnehmen, zum Beispiel im TBC, wo ein, weiß ich nicht, ein E-Lehr jetzt nicht unbedingt den größten Schaden, äh, gemacht hat. Also ich kann dich auch mal, ich kann dich auch mal mitnehmen, ohne dass ich mich gezwungen fühle, weil du keinen Schaden machst, aber einen Kampfrausch hast. Wurde ich, wurde ich runter reduziert auf meinen Kampfrausch, ja, ja. Ja, aber im Prinzip ist es so, im Prinzip ist es so, weißt du was ich meine, äh, du, dann nimmst du teilweise von mir aus auch einen, einen frischen, oder hast einen frischen 70er oder 60er, ähm, Schamane mitgenommen, weil er halt noch einen Kampfrausch hat. Also vielleicht 60 nicht, oder halt da, damals halt eher wegen seinem Chain Heal noch, oder wegen seinen Gruppen Totems und sowas, genau. Aber so, so allgemein, ich find vom, vom Klassendesign, ähm, es macht unfassbar Spaß, einfach jede Klasse zu spielen. Also ich hab einen Druiden, einen Shami und einen Priester, also zwei auf Level 70 noch, den Shami und den Druiden und meinen, meinen, meinen Priester auf Level 80. Ähm, und es macht jeder Charme, macht unfassbar Spaß. Und allein daran seh ich schon irgendwie, dass das Klassendesign, find ich, in WUTLK richtig gut gelungen ist. Also es gibt auch niemanden, oder ich kenn auch keinen Spieler, auch niemand bei uns von der Mana-Crew, der sagt, meine Klasse macht mir keinen Spaß. Ich hab einmal einen, einen, ähm, Feral-Truiden gehört, sprech das richtig aus, Feral, ich hab doch meine Schwierigkeiten, das Wort Feral richtig auszusprechen. Feral, Feral. Feral, ähm. Ja, ne Katze oder wer halt. Ja, genau. Ähm, da hat mal einer gesagt, boah, der hat schon, hat einfach ne schwierige Rotation und das macht vielleicht nicht so Bock, aber das war so das Allereinzige, was ich gehört hab. Aber so sind wir uns, glaub ich, definitiv einig, dass das Klassendesign in WUTLK echt geil ist, wo ich auch so ein bisschen zum Dritten ... Ja, absolut. Also, ganz kurz noch zum Abschluss, meine Klasse, das Einzige, was mir jetzt vielleicht nicht ganz so getaugt hat wie früher, war tatsächlich der Hunter, weil sich da relativ viel geändert hat. Vielleicht lag's am Survival-Skill, was ich da hatte, aber es war bis jetzt der Einzige von meinen Twinks, wo ich aktiv jetzt so ein bisschen gequestet hab, wo ich gesagt hab, nee, taugt mir jetzt tatsächlich nicht mehr. Aber, naja, vielleicht ergibt sich das auch noch. Vielleicht war mein Guffel-Gear da auch einfach so questmäßig aus TWC, dass es schlechter eigentlich nicht mehr ging, weil aktiv hab ich den jetzt nicht wirklich geradet. Vielleicht lag's daran, aber, ja, weiß ich nicht. Ja, Hunter ist schon auch so ein Ding für sich, glaub ich. Katze musst du zum Leveln, kannst du AFK gehen und Knöpfe drücken. Übertrieben. Aber wenn du dann wirklich DPS im Raid fahren willst, da brauchst du schon fast ein Studium. Da brauchst du fast ein Studium. Ach, kam der wieder? No way. Da bin ich zu wenig im Tweeten grad. Nicht nur Droide, sondern auch Decays. Ich glaub, es sprengt den Rahmen. Da müssen wir mal einen separaten, ja, genau, so einen Milimana-Talk oder uns dann halt mal Leute einladen, die dann speziell für die eine Klasse sind, dass wir dann halt so Klassen-Talks machen. Würde ich super gern machen. Also, wenn ihr da draußen Spezialist seid in einer Klasse und vielleicht schon mal und extrem viel Erfahrung in WUTLK habt, sagen wir's einfach mal so, dann uns gerne auch mal schreiben. Aber da können wir am Schluss das Video nochmal kurz drauf eingehen. Unser dritter Punkt, Nico, hab ich jetzt notiert, ähm, es fühlt sich irgendwie alles belohnend an. Also, egal, was ich tue, ähm, ich werde belohnt. Ähm, ich geb' ein Beispiel. Ich geh' zum Questen jetzt in, in der Eiskrone, bin grad so Level 80, aber mein Gears wird schon auch ganz gut. Wir sind da ganz viele HCs gegangen und also mein Gear passt. Ich quest' derzeit und, äh, bekomm hier nochmal 5 Marken. Bekomm da bei einer Quest gleich 30 Gold. Hab sogar einmal schon mal gesehen, dass ich fast 50 Gold bekommen hab. Dann geh' ich in eine HC, da bekomm ich, da zieh' ich den passenden Wappenrock an. Brauch' vielleicht kein Item mehr, bekomm aber den Ruf. So, also weißt du, was ich mein? Egal, was ich tue, alles fühlt sich sehr, sehr belohnend an. Und da kannst du ja vermutlich auch nochmal, also noch mehr reden als ich, weil du hilfst mir grad, gehst viel HC-Instanzen, wo du da gar nicht mehr rein musst. Aber du kriegst halt vielleicht noch ein bisschen Ruf oder halt vielleicht noch ein paar Marken. Also weißt du, was ich mein? Ist das für dich dasselbe Gefühl, dass es sich sehr belohnend anfühlt? Also jetzt nicht nur HC-Instanzen, sondern alles, was du tust? Mit meinem Charakter nicht mehr, weil ich glaube, ich hab's am letzten Tag schon gesagt, ich hab alles gequestet, ich hab alles an Ruf auf ehrfürchtig und ich hab sämtliche Items über Marken, die ich brauch. Ist es jetzt für meine beiden Skillungen, sei es für meine Twings mit den Markendingern oder ja, bis auf das Mount vielleicht noch was mir fehlt, an den normalen HC-Marken. Aber es ist natürlich auch für mich, also in meinem Fall, ein Extremfall, weil ich etwas, ja, das würde ich so nicht ausdrücken, aber in der einen Woche, wo ich wirklich zu Hause war, etwas mehr gespielt hab, als ich vielleicht sonst machen würde. Aber nee, im Normalfall und für jeden, der nicht 16 Stunden am Tag spielt, ist das absolut richtig. Du kriegst überall, also klar, Heroic kriegst du Marken, kriegst überall Ruf, du kriegst den NHC-Ruf in den vier Level 78 bis 80 Dungeons nicht denselben wie in HCs, aber halt eben auch etwas, du kriegst die Marken über Quests, was du angesprochen hast, wobei das, glaube ich, auch eher ein Patch-Stand-Problem bei uns ist, weil ich nicht meine, dass wir das damals im P1 hatten oder wo Lich King rausgekommen ist. Ich kann mich da definitiv nicht erinnern, also glaube ich auch, Das gab's nicht, Nico. Das ist komplett neu eingeführt. Also das gab's früher nicht. Also da müsste ich mich jetzt auch extrem irren, aber das hatten wir sogar mal in der News, dass sie das extra eingeführt haben. Also du kriegst die, also früher in Retail, W.O.T.L.K. gab es definitiv keine Marken. Da gab's auch keine Beutel, meine ich, als Heelung Tank. Die gab's sowieso nicht. Ja, genau. Weder als Heelung, als Tank, noch zu der oder der einen oder anderen Quest, die du da kriegst. Jetzt fällt's mir doch grad eben ein. Die Marken gibt es, weil es den Dungeon, äh, äh, den Dungeon Finder nicht gibt. Sorry, ich wollt grad Browser sagen. Weil es den Dungeon Finder nicht gibt. Und beim Dungeon Finder hast du doch in der, in der Daily, oder beziehungsweise immer, wenn du dich random angemeldet hast, hast du doch auch Marken bekommen. Du hast einen Beutel bekommen, als Tank oder Heel. Ja, okay. Das ist das, was sie eingeführt haben, ähm, dass du diese eben jetzt auch bekommst. Aber die Marken, glaub ich, das war. Also ich glaube, dass du Marken bekommst. Ich glaub nicht, dass es am Dungeon Finder liegt. Das weiß ich nicht, dass ich mich da entsinnen könnte. Also ich meine, du hast für die erste, erste Random Dungeon, äh, Random Dungeon, die du dich damals angemeldet hast, hast du zwei Frost-Embleme aber bekommen. Also die, 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 glaub ich, 25, ich weiß, es ist zu lange her. Ja, je nach, je nach Stand, glaub ich, hast du zwei von den größeren gekriegt, wie du's jetzt aber auch mit der Daily HC Quest bekommst. Meine, ich korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Aber vielleicht dachte sich Blizzard, weil man halt durch den Wegfall des Dungeon-Finders, ähm, weniger HC-Instanzen spielt, ähm, und dadurch vielleicht weniger Marken erhält, dass man, äh, das halt so ein bisschen kompensieren muss und dann, oder, oder halt vielleicht sogar noch. Ne, ich, ich, ich glaube echt, ich bin da auf dem, äh, es liegt am Patch-Stand und diese Markenbelohnungen in, äh, normalen Quests wurden damals gemacht, dass man Twings dann vielleicht, dass man Twings auch die Möglichkeit gibt, vielleicht schneller an Gear zu kommen, um wirklich in HCs zu gehen. Weil man, klar, man hat dann nicht in, äh, das kam ja dann auch relativ spät damals, dass du dann vielleicht die, äh, Marken bekommen hast, wenn ich's richtig im Kopf hab. Und damit hat man halt gesagt, hey, pass auf, du hast einen Twink, den ziehst du hoch, machst ein paar Quests, hier hast du schon mal ein bisschen Gear aus dem, äh, aus den alten Phasen, dass du mindestens, äh, HC-ready bist und dann kannst du Gas geben. So mein, mein ich war das damals. Aber ganz kurz, als, als Einwurf. Es ist erst 15 Jahre her, ich weiß es nicht genau. Ähm, unser vierter Punkt auf der Liste wäre sowieso das, das Questen gewesen. Vielleicht können wir da jetzt auch einfach gleich weitermachen und anschließen, wenn wir gerade sowieso bei diesen Markenthemen, ähm, fürs Questen sind. Also Punkt vier, ähm, das Questen. Ähm, ich finde persönlich, dass es mir noch nie so viel Spaß gemacht hat, also jetzt nur im Vergleich zu der Neuauflage von Vanilla und zu der Neuauflage von TBC finde ich das Quest-Design unfassbar geil. Also ich war nie ein Freund von Phasing, das muss ich zugeben, von diesem, ähm, wenn du jetzt zum Beispiel in die Eiskrone fliegst und du bist Level 80, ähm, und ich war da noch nie, das hatten wir beide ja, auch wirklich genau diesen Fall, wir beide fliegen da zusammen rüber und ich flieg dir nach und auf einmal bist du halt weg, weil du bist in der, in der Quest-Line halt weiter und wir sehen uns nicht mehr. So, das nimmt für mich persönlich so ein bisschen die Immersion von dieser großen offenen Welt, wo wir alle sind. Aber ich glaube, von dem Thema muss man sich eh distanzieren und verabschieden, weil es 25 Layer gefühlt gibt. Also, es gibt eh nicht eine Welt. Also A, das und B, wenn du dann auch das Phasing hast, ich meine, für mich hat das den Vorteil, dass die ganzen Erze, vor allem am Anfang, alle mir gehört haben, weil kaum einer die Quests zu Ende gemacht hat und dann prinzipiell im letzten Phasing von Eiskrone waren. Das heißt, ich bin da, ich bin da einmal im Kreis geflogen in der Eiskrone und hab so gut wie alle, also so gut wie die ganzen Taschen voller Saronit und Titan gehabt. Aber ja, das Grundprinzip, Phasing, Layering ist im Prinzip das Gleiche. Wenn ich dich nicht sehen will in-game, dann finde ich einen Weg, entweder ein anderer Layer oder ich fliege in die Eiskrone weil Phasing. Aber in der Eiskrone macht das Ganze für mich Sinn, weil du wirklich, ich glaube, es ist jetzt von Classic, TBC und Lich King das mit Story-lastigste Gebiet, was es gibt und am Anfang fängst du an, was einzunehmen, was zu zerstören. Es ist halt dann am Ende nicht mehr da. Ich meine, brennst du eine Stadt ab, ist sie theoretisch nicht mehr da. Jetzt mit, klar, es ist ein Spiel und Story und na, wenn ein Boss tot ist, spawnen da auch wieder. Klar, kann man alles sagen, aber das ist halt alles aufbauend. Das ist nicht so, ich hau zehn Viecher um und die spawnen wieder, sondern ich gehe dann nach nach Eberheim oder hinten hin und zerstöre in der Mitte die Geisel und ja, schwer zu erklären, aber im Prinzip, ja. Dieses, dieses klassische, also du würdest mir zustimmen, wenn ich auf meiner Liste stehen habe, dass Questen einfach in VUTLK unfassbar viel Spaß macht. Absolut. Ich meine, man hat zwar vielleicht die ein oder andere Quests, die man teilweise gleichzeitig erledigt hätte haben können, wo dich der eine Dude von A nach B schickt, dann wieder nach A, dann wieder zurück zu B und das vier, fünf Mal hintereinander. Aber es ist im Großen und Ganzen um einiges besser. Du bist mehr, mehr in den, in den Gebieten, mehr involviert. Du hast immer noch deine großen Quests als String als String ist es sowieso absolut egal, wenn du da das 1000 Gold fürs Fliegen ausgibst. Dann fliegst du eh links und rechts und da macht dir der Weg dann auch nichts mehr aus. Für den ersten Charakter mag es vielleicht ein bisschen nervig sein ohne Fliegen, das ist richtig. Aber mei, da sind wir auch wieder dabei. Wenn ich es von Anfang an freischalten würde, können wir alles for free machen. Was mich ein bisschen genervt hat, waren teilweise die Beutel, weil man so viele bekommen hat und versteht mich jetzt nicht falsch, aber ich habe da so viel von diesem Brot und von diesem Wasser bekommen. Also ich hatte dann halt irgendwann 100 Pro und ich habe dann angefangen, die immer nur noch wegzuschmeißen und zu zerstören. Also das fand ich ein bisschen übertrieben. Ging es dir da auch so? Und da lag das an meinem Shadow Priest, weil ich es einfach nicht gebraucht habe. Dadurch, dass ich zwischendrin noch getankt habe, waren das so viele Beutel und was, dass das Schlimme oder das Unding an der ganzen Sache, was selbst mich als Nicht-Alchemist hier so ein bisschen stört, ist, dass der Beruf halt halbwegs ausgestorben ist. Ich meine, ich habe so viel Crap an, 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 wie heißen die Dinger? Consumables. Ja, Consumables und Flasks und alles Mögliche, dass ich jetzt nie wirklich mir Gedanken gemacht habe, ob ich jetzt selbst in der Gilde fragen würde, hey, kann mir mal jemand die oder die Flasks herstellen, weil es ist alles drin. Ich meine, man muss dann natürlich auch die ganzen Endquests machen. Wenn man natürlich nicht questet, dann kommt man da nicht hin. Aber, klar. Aber dadurch wird ja auch die Nachfrage geringer und die Preise immer h-weniger. Das bedeutet, selbst wenn ich keins habe und jetzt nicht gequestet habe, dann kaufe ich mir die halt für, weiß ich nicht, also 60, 70, 80 Silber pro Trank oder ich glaube eine Flask so 5, 6 Gold und wenn du pro Quest irgendwie 40 Gold bekommst, dann, also das war nur im Vergleich zu den vorherigen Versionen, ist das gar keine Relation. Das finde ich auch ein Stückchen übertrieben. Das wird, wenn wir ein 5 bis 10 Dinge, die wir nicht so gut finden, Video machen, im Anschluss, dann würde das definitiv so ein bisschen auf meiner Liste stehen, dass du den Beruf Alchemie killst. Also zumindestens, was so seine, was es ausmacht, so der, ähm, in TBC hatte ich so meine zwei Leute, die hat mir, oder die eine Person hat mir immer Haste Potions hergestellt, zu dem bin ich hergegangen, weil der war irgendwie, also weißt du, was ich meine? Oder ich hatte es auf dem Trink dann auch irgendwann mal, wo ich sage, hey, ähm, ich mache jetzt den Beruf, weil ich keinen Bock habe, da Ewigkeiten, mein ganzes Gold auszugeben, für Flasks. Ich meine, in Classic hat die Standard-Flask so um die 100 Gold gekostet und da war ein 100 Gold noch relativ viel Gold, muss ich gestehen. Und ich meine, gut, jetzt ist das Gold eh nach oben gegangen, aber trotzdem, jetzt kostet so eine Steinblut-Flask oder generell eine Flask, die, die Manareg-Flask kostet ein Gold, die, die Gesundheit plus 1300 kostet 10 Gold, das ist ja nichts, das ist ein halber Quest. Ja. Das ist die, die 10 Gold hast du schon drin, wenn du den Quest annimmst. also, ich meine, schwarzen Lotus Farmen war ja noch eine Mammut-Aufgabe in Classic, also. Hat das Ganze damals auch so ein bisschen besonders gemacht, weil es gab, man kannte die Spawn-Punkte und da gab es halt richtig geiles Open-World-Pvp, also um diese Dinge, was aber auch hin und wieder sehr frustrierend war. Aber lass uns mal den Punkt Questen abschließen, wir sind uns ja auf jeden Fall beide einig, dass 90 Prozent davon oder eher 95 Prozent unfassbar geil ist und Spaß macht, also für die Leute, die halt natürlich Questen mögen. Gibt es auch andere, denen es nicht so viel Spaß macht und die eher froh sind, dass sie dann 80 sind und dann nicht mehr Questen müssen. Der nächste Punkt auf unserer Liste hatte ich mir jetzt notiert, die Raids, also die Schlachtzüge. Heute ist gerade Samstag, der 22.10. Ich war noch in keinem einzigen. Mein Priester ist jetzt zwar relativ pre-raid bis, also ich könnte, ich wäre bereit und mein erster wird jetzt am Montag gehe ich mit dir 10er Naxx, oder? Und dann am Mittwoch gehen wir 25er. Freue ich mich mega drauf. Deswegen mal an dich eher die Frage gerichtet. Naxxramas, Malygos und Sartarion oder spreche ich ihn richtig aus? Saffarion wahrscheinlich eher. Wie gefällt es dir? Macht es dir Spaß? Hatten wir jetzt zwar im letzten Mana Talk ja nochmal drin, aber nur mal kurz so die Punkte. Spaß, Schwierigkeit und irgendwie so deine, ich nenne es mal allgemeine Meinung. Wie schon erwähnt im letzten einsteigerfreundlich. Spaß? Ja doch. Ich meine, ich rede ja nicht um irgendwelche Indies zu sehen, sondern mich da auch mit den Leuten mal so ein bisschen abzugeben. Man kann, es werden mehr Fehler verziehen, wenn man jetzt nicht unbedingt auf die undying-Erfolge oder hier keiner stirbt während dem Boss kam. Man kann einfach mal ein bisschen gechillt spielen. Natürlich braucht der ein oder andere Boss noch ein bisschen Aufmerksamkeit. Patchwork, Sartarion mit drei Drachen und Thaddeus von mir aus oder Stanson bei Haigern. Es ist schon immer noch lustig, aber gut, jetzt nach eineinhalb Jahren wieder Naxx, also das dritte Mal jetzt oder das vierte Mal Naxxramas so gesehen, ist jetzt auch nicht, ja, man macht mal halt, wenn man sonst nichts anderes zu tun hat, sage ich mal. Ja, ich glaube, es ist noch angenehm, es ist einsteigerfreundlich, man kann auch mal sagen, hey, ich nehme jetzt wie bei dir den Grad 80 gewordenen Priester mit, der keinen Plan hat. Der aber eine Top-Leistung bringt. Hey, ich habe Guides gemacht. Ja, definitiv. Hey, ich kenne alles. Du hast gecuttet, ich habe Guides geschrieben, was? Ich habe Guides dadurch habe ich alles, ich weiß ja noch alles von früher. Ich bin blind durch. Nee. Top 1, Hilfmeter, Hust. Ja, ich weiß schon, was du meinst. Es verzeiht mir Fehler, aber ich glaube, dass die allererste Phase jetzt das WUTLK wird von vielen oder von einigen vielleicht so ein bisschen overrated. Ich würde jedem diesen Tipp geben, zieht noch einen Twink hoch oder einen zweiten. Spielt entspannt, macht eure Berufe, macht Angeln, Kochen hoch, geht entspannt in die Raids und ab Phase 2 verspreche ich euch, wird das Ganze geiler. Allein mit Uldur und mit den Hard-Modes, mit Algalon, mit 4 Wächter, Joxaron, also ohne die Wächter und allein die Achievements da drin werden unfassbar geil. Plus, es soll der HC Plus kommen. Was genau jetzt dahinter steckt, also weiß man ja schon natürlich, aber man kann den Schwierigkeitsgrad noch nicht einschätzen. Deswegen, chillt einfach und overplayt euch nicht, sonst habt ihr keinen Bock mehr, glaube ich. Spielt da lieber noch einen dritten Twink oder wie auch immer und habt einfach Spaß, also würde ich so jedem sagen, so in Thema Raids. Habt ihr schon mal letztes Jahr, oder hat die Mana Crew schon mal 3D gelegt? Also, Sartarion oder Sartarion oder wie er auch immer heißt? Wir nicht, also mein Raid noch nicht, wobei wir das ab nächster Woche auch angehen werden. Ich meine, wir raiden ja jetzt auch erst seit dieser ID, also seit Mittwoch. Im festen Kader vorher haben wir auch noch auf unsere normalen Menschen, sage ich mal, gewartet, die jetzt nicht 16 Stunden Zeit hatten am Tag zum Spielen, was aber auch absolut okay ist. Also überhaupt kein Stress an der Stelle und alles andere war ja vorher gepackt und in dem Pack, ich meine, der eine läuft gut, der andere läuft schlechter, ob intern oder extern. Mei, man muss ja mit den Leuten zusammenspielen und wissen, wie sich der ein oder andere auch verhält, dass man sagen kann, ich gehe jetzt mal sowas an wie 3D, was vielleicht ein bisschen schwieriger ist für Casual-Gilden, normale Gilden, die jetzt nicht semi-hardcore, hardcore da reingehen. Also easy. Okay. Und ich habe auch keinen Zeitdruck, weil wir gehen da noch, keine Ahnung, dieses Jahr wird Uldur nicht rauskommen, gehe ich stark davon aus, Ende November kommt Dragonflight. Wobei, kann auch wieder sein, Naxxramas ist ja auch kurz vor Weihnachten damals rausgekommen, aber ich glaube es nicht, dass wir dieses Jahr noch nach Uldur gehen. Und selbst wenn, hast du wieder Weihnachten, Neujahr dazwischen, viele sind im Urlaub, da fällt die Hälfte der Raids eh flach. Von daher. Also ich glaube auch, eher Anfang Januar, weil, wie du gerade eben schon sagst, Weihnachtszeit ist zwar schon immer cool, aber es sind halt einfach viele Leute nicht da. Und dann hören viele Leute auch eher auf, wenn sie nicht von Anfang an dabei sein können, weil es nimmt dann vielen den Spielspaß. Und dann wissen sie, ich bin jetzt halt einfach auf Weihnachtsurlaub drei Wochen und die anderen raiden jetzt schon und dann kann ich mir vorstellen, dass vielleicht der ein oder andere bisschen so die Motivation verliert. Gehen wir mal nochmal auf die noch kommenden Raids ein. Hast du da so einen All-Time-Favorite? Sei es jetzt irgendwie Ulduar direkt oder vielleicht auch wirklich Rubin-Sankton? Ich bin noch nie der große Fan von. Was? Ich meine, der letzte Part Richtung Jaxoran hat schon Spaß gemacht, aber mir geht jetzt schon wieder dieses, der ganze Erste bis zum Leviathan ist doch die Rumpfahrerei so tierisch auf den Sack. Echt? Muss ich sagen. Ich hatte so unfassbar Bock drauf. Echt? Na. Ich war nie der große Ulduar-Fan. Bist du eher so Team Eiskron-Zitadelle? Ja, das definitiv. Ich finde, also bei mir ist das eher andersrum. Also ich bin eher in der Eiskron-Zitadelle irgendwann outplayed, weil es alle so dunkel ist und so. Also weißt du, wie ich meine? Dann stell die Helligkeit ein. Haha. Spaß. Naja, wir kämpfen, also wir spielen Wrath of the Lich King, er holt den Lich King auf den Sack in seiner Eiskronen-Zitadelle. Ja, ich bin ja bei dir, aber ich meine halt nur so vom Setting ist es relativ monoton im Vergleich zu Ulduar. In Ulduar bist du erst draußen und dann bist du da bei Freya, dann bist du, also weißt du, was ich meine? Bei zum Beispiel Algalon bist du so gefühlt in diesem Universum-Style, was ich liebe. Das ist so mein wirklich mein aller, aller Lieblings-Boss da drin, auch wenn es ein Hard-Mode für sich ist. Aber dieses Setting da drin gefällt mir einfach mehr von den Bossen und von dem Schwierigkeitsgrad und so weiter oder allein von der Lore mit Arthas bin ich ja bei dir. Aber nur von dem reinen Setting freue ich mich mega auf Ulduar. Prüfung der Kreuzfahrer, glaube ich, muss man halt mal sehen. Da ändern sie es ja dann schon mit dem, dass es nur noch HC gibt. Also davor war es ja vier IDs, 10er, 10er HC, 25er, 25er HC und jetzt kannst du dann halt einfach pro Schlagzugsgröße ändern, also pro Boss. Wie sie es dann mit diesem Tribute Run machen, wo du halt nicht sterben darfst oder Spieler sterben dürfen, sowas, glaube ich. Oder nee, man hatte, glaube ich, fünf, ach, ich weiß es gerade nicht mehr. Wie war denn das gerade genau, Nico? Weißt du das noch? Wie war denn der, der, der Tribute Run? Jetzt habe ich es irgendwie vergessen. Du hattest 50 Versuche oder hast 50 mal für die Kiste nicht sterben dürfen. Egal, sei es drum. Erreicht in der Prüfung des obersten Kreuzfahrers eine Tributruhe mit mindestens 25 verbleibenden Versuchen im 25er-Spieler-Modus. Ah ja, genau, das waren Versuche, das waren nicht Tote. Es gab den Erfolg, mit dem, wenn, glaube ich, keiner stirbt, dann hat man das Mount bekommen. Und die Versuche waren so gedeckelt, umso weniger Versuche du benötigt hast, umso mehr Loot bekommst du. So war es, glaube ich. Das weiß ich schon gar nicht mehr, wie genau. Ja, sehr egal. Können wir dann dann später in einem anderen Mana-Talk, wenn wir vielleicht nur noch uns ganz dedizierte Raids anschauen, da nochmal genauer drauf eingehen. Da sind wir gerade ein bisschen zu schlecht vorbereitet. Oder zumindest was PDK angeht. Gehen wir mal zum sechsten Punkt, Nico. Das ist Quality of Life. Habe ich mal einfach so ganz dick hingeschrieben. Da zähle ich so Dinge drunter, wie, dass wenn ich mit meinem Reittier durchs Wasser laufe, dass ich nicht abgemountet werde, habe, dass ich, wenn ich zum Beispiel Bergbauer bin, dass ich nur einmal abbauen muss und dann nicht sechsmal draufschlagen, dass es ein separates Abzeichen-Tab gibt, wo alle meine Marken drin sind, dass ich diese, vor allem diese Talentvorschau, finde ich ein Feature, wo ganz viele nicht auf dem Schirm haben. Geht mal, drückt mal bei euch auf die Escape-Taste und dann gibt es da, glaube ich, unter System und dann unter Features diesen einen Punkt mit, oder namens Talentvorschau. Und wenn ihr das aktiviert habt, dann könnt ihr Talentpunkte vergeben und erst wenn ihr auf Bestätigen drückt, dann werden die übernommen. So könnt ihr halt den Fehler umgehen, dass ihr euch verskillt und dann nochmal verlernen müsst. Und jetzt werdet ihr vielleicht sagen, hey, es gibt doch einen Dual-Spec, ich muss gar nicht mehr neu lernen. Stimmt nicht ganz, weil so Klassen wie ich, also ich spiele ja einen Diszi-Priest, wenn ich halt, wenn es schon einen Diszi gibt, dann muss ich auf Holy gehen und ich würde dann halt ungern meine Shadow-Skillung halt einfach verlieren. Genau, also solche Geschichten. Oder dass man Indie in die Instanz porten kann als Hexenmeister und dann irgendwie nicht mehr rauslaufen muss. Was ist so, hast du so ein Quality-of-Life-Feature, wo du sagst, taugt dir richtig oder ist es bei dir auch so die Summe? Es gibt für mich jetzt nicht so das eine oder andere, wo ich sage, das macht es mir mal einiges leichter. My Farmen als Bergbau ist schon richtig, aber der Talentmanager, äh, Talent, nicht Talentmanager, sondern der, der, der Item-Rack-Manager oder wie, wie sich der schimpft, dass ich halt Instant zwischen, Ausrüstungsmanager, dass ich Instant zwischen, zwischen Tank und DD-Gear wechseln kann. Das wäre so das, was mir jetzt äh, einfallen würde. Die Talent-Vorschau, ja, weiß ich nicht. da bin ich noch so ein bisschen zwiegespalten, weil auf der einen Seite ist es natürlich wirklich schön zu haben, dass man das vorsgehen kann, aber wenn ich beim Skillen-Brainer-FK irgendwelche Tasten drücke und nicht maximal fünfmal auf dieselbe Taste drücken kann, dann mache ich auch irgendwas falsch. Also ich rolle mal mit dem Gesicht einmal über die Tastatur beim Skillen und deswegen brauche ich den. Ja, dann ist es richtig, aber ich meine, sind wir ehrlich, wer von uns sucht sich seine eigene Skillung noch aus? Ich gehe auf irgendeine Seite, schaue mir an, was beste Skillung schlechthin ist für das, was ich gerade spiele und dann schaue ich entweder links auf dem Bildschirm oder auf dem rechten Bildschirm oder tap rein und tap raus und drücke den Button, der mir angezeigt wird. Ja. Und fertig. Wenn ich dann, klar, wenn ich das Ganze schnell, schnell mache, weil ich gerade eh keine Zeit habe oder keine Lust habe, das Ganze zu machen, dann brauche ich sowas, dann kann ich mich schnell mal verskillen, aber wie oft skilt man eben auch mit Dualspec noch um? Ja, das war ja, also es war ja in der Auflistung auch nur ein Beispiel, aber dass halt Blizzard allgemein oder das mit WUTLK halt genau solche Geschichten halt kamen, fand ich schon cool oder dass es einen komplett eigenen Reittierreiter halt einfach gibt und solche Dinge, das ist schon, ganz cool. Also ich meine, für was muss ich 50 Reittiere in meiner Tasche dabei haben? Ich meine, klar kann ich auch auf die Bank legen und so weiter, aber es stört niemand, ich glaube auch nicht, dass es irgendjemand wehtut und ich finde, das hat nur Vorteile, also genau solche Geschichten. Deswegen, also da ist WUTLK schon einen unfassbar runden Weg gegangen, meiner Meinung nach. Hast du sonst noch irgendein Feature, was dir gerade einfällt, sonst würde ich direkt einfach zum nächsten Punkt springen? Nee, alles gut. Okay, aber ich glaube, es hat jeder verstanden, was wir mit so Quality of Life Feature meinen. Unser nächster Punkt, die Nummer sieben, ist die Welt und da bin ich ein unfassbarer Fan von, weil ich einfach das so extrem gerne mag, wenn sich die Gebiete verändern. Also du hast vom Fjord irgendwie diese Schluchten, dieses Wasser, dann ist die Drachenöde halt, wie der Name schon sagt, so eine klassische Winteröde, aber halt auch mit ein paar grünen Flecken drin. Du kommst dann in die Eiskrone, so Arthas sein zu Hause. Also für mich als jemanden, ich bin nicht so unfassbar in dieser Lore drin, wie vielleicht du oder wie vielleicht manch andere, aber ich kenne die Geschichte und ich verstehe sie und das gibt mir schon so eine gewisse Immersion, dass es mir Bock macht, dort zu questen. Was ist denn so dein Lieblingsgebiet? Grizzly Hills ist so ein bisschen Grizzly Hills. Unter anderem. Unter anderem. Aber das ist halt, ich weiß es nicht, du kannst ja jedes, jedes, jedes Gebiet doch irgendwie mit so einer Real-Life-Location so ein bisschen vergleichen. Also vielleicht jetzt ICC. Ja, aber nimm den heulenden Fjord, auch gerade mit der Wikinger-Story hast du so Skandinavien, das Südliche noch Richtung Dänemark oder sowas. Und dann kannst du vielleicht noch ein bisschen Schottland mit reinbringen und so in die Richtung und ja, bis es halt dann hochgeht in der Arktis und so ein Schmarrn. Also du hast so einen kurzen Ausschnitt aus Nordeuropa bis hin vielleicht sogar ins nördlichste Deutschland. Also ja, aber ich weiß nicht, das ist einfach das Gesamtpaket. Ich meine, das Einzige, was immer noch nicht reinpasst, das hier ist Scholaserbecken als Dschungel. Aber gut, das liegt 400 Meter tiefer gefühlt. Von daher kann man das noch irgendwie vertreten. Fand ich aber so fand ich vom Questen richtig geil. Also hat mir mega getaugt. Aber man muss dazu sagen, da war ich schon Level 77 und hatte den Flugmaunt. Ohne Flugmaunt hätte ich wahrscheinlich sehr geflucht. Aber so von, ich bin halt auch einfach Fan, mal, das war in der Nacht, hat sich, hat sich gerade Frau und Kind hingelegt und ich hatte mal zwei Stunden und es waren einfach nur stupide Kill davon und Kill davon und Kill nochmal davon. Das hat unfassbar Bock gemacht einfach. Aber genau, vielleicht lag das einfach gerade an meinem Setting, dass ich das gerade gebraucht habe und ich war ein bisschen genervt von der Drachenöde, weil ich da am Schluss immer so weite Wege hatte. Du hast ja gesagt, in den Grizzly Hills, erwischst du dich dann wirklich selber, dass du die Musik höher drehst? Also nur als Beispiel. Das Erste, was ich auf der Beta gemacht habe, ich habe nichts gelevelt, ich habe mir meinen Char geschnappt, bin in die Grizzly Hills, habe mich auf den Schuss-Bowner gestellt und habe erst mal 15 Minuten in der Gegend rumgeschaut und Musik gehört. Ah, das ist cool. Ja, aber es ist halt auch so, dass entweder man mag die Musik oder man mag sie gar nicht, aber das ist einfach hinter Background, wir zocken auch noch von mir aus über YouTube, das mal zu hören und gut ist. Das ist halt meins. Dann noch kurz zum Abschluss von diesem Thema, wenn wir jetzt schon dein Lieblingsgebiet hatten, dann musst du fast auch das Gebiet verraten, wo dir am wenigsten gefällt. Ich sage nicht, wo du nicht magst, sondern einfach nur so, wenn ich dir eine Pistole auf die Brust lege, dann was würde in deiner Liste relativ weit unten sein? Die Drachen würde ... Nein, Zuldrak. Zuldrak, das packe ich gar nicht. Ich meine, das ist das ganze Setting, das ist alles düster und weiß ich nicht. Packe ich nicht. Obwohl es die Geschichte so der Trolle schon ganz gut erklärt, aber vom reinen Quest-Design bin ich bei dir, das ist schon ... Also ich habe dort gequestet. Ja, nicht einmal Quest-Design, das ist noch halbwegs in Ordnung, aber mir taugt das Setting generell einfach nicht. Okay, verstehe ich. Okay, dann gehen wir zum nächsten Punkt. Steht bei uns auf der Liste und das wird wahrscheinlich das kontroverseste Punkt sein. Dort habe ich notiert, das LFG-Tool. Und jetzt werden viele sagen, LFG-Tool und positiver Punkt oder was wir geil finden. Das muss ich natürlich so ein bisschen ausführen. Ich bin jetzt von diesem LFG-Tool, wie es gerade eben im Spiel ist, auch nicht so der riesige Fan, wie es funktioniert. Also für das, dass Blizzard keine kleine Indie-Company ist, auch wenn man es hin und wieder meint, sollte das Teil eigentlich schon deutlich besser funktionieren und auch einfach deutlich ... Ja, weiß ich nicht. Es fühlt sich für mich immer noch so ein bisschen unrund an und ich muss mir erst mal ein Add-on installieren, namens Group Finder Improvements, dass ich es noch besser bedienen kann. Und wenn das ein Add-on-Hersteller hinbekommt, dass ich da einstellen kann, die Gruppe muss aber mindestens einen Tank haben und muss mindestens zwei Spiele haben und darf keinen Healer drin haben, weil ich bin ja der Healer. Wenn ich da für ein Add-on brauche, dann ist es natürlich komisch. Allerdings, auf was ich mit diesem Punkt hinaus will, ist, dass es keinen Dungeon-Finder gibt. Und ich war am Anfang immer so wahr, Dungeon-Finder gehört ja eigentlich schon zu WUTLK, auch wenn ich ihn selber ... Du hast damals aufgehört, WUTLK zu spielen, weil dir der Dungeon-Finder nicht gefallen hat. Ja, weil es mir persönlich halt einfach die Atmosphäre killt, weil dann werde ich dorthin geportet und wieder dorthin geportet und so weiter. Aber ich habe es am Schluss verstanden, ich bin jetzt ja wie gesagt auch Familienvater, ich hätte auch nichts dagegen. Jetzt verstehe ich es und ich würde sagen, würde ich jedem lassen, der da Bock drauf hat. Ich finde aber trotzdem das jetzige LFG-Tool aus diesem Grund gut, weil du viel mehr mit deiner Gilde interagierst. Ich hätte wetten können, dass wenn ich am Abend online komme und nur kurz eine Stunde Zeit habe, dann melde ich mich als Heiler kurz schnell da an. Ich schreibe vielleicht gar nicht rein, sondern ich melde mich kurz an, dann werde ich dahin geportet, dann rede ich auch kein Wort, macht man jetzt vielleicht auch nicht, aber sei mal dahingestellt, werde da reingeportet, renne da durch, bin wieder draus und logge mich wieder aus. Jetzt muss ich aber, und das will ich auch, wir haben ja eine eigene Gilde, die unfassbar geil ist, schreibe ich in den Gilden-Chat, hey, wie geht's euch? Hat jemand Bock? Wir suchen noch zwei DDs. Und ja, ich hab Bock und pam, kommen die ins Discord. Also diese reine, aus Gildensicht, diese Interaktion dadurch, die dadurch entsteht, weil man gezwungen ist, finde ich mega geil. Das ist so mein erster Punkt. Und der zweite Punkt ist, dass ich glaube, dass du als Schadensausteiler viel weniger Wartezeit hast, wenn du dir selber eine Gruppe suchen musst. Aus dem Grund, weil es gibt halt relativ viele DDs, nehme ich jetzt einfach mal an, und ich glaube, dass du da schon 10, 15 Minuten warten musst. Und wenn du es jetzt aber selber in die Hand nimmst und selber die Gruppe baust, dann glaube ich, nicht, dass du weniger als 10 bis 15 Minuten benötigst. Kommt natürlich immer auf die Zeit drauf an und ob du die Daily HC machen willst oder was du unterm Strich vorhast, aber ich glaube trotzdem, dass du schneller am Ziel bist. So, was ist deine Meinung zum jetzigen LFG-Tool? Du bist immer schneller am Ziel, wenn du selber eine Gruppe baust. Wenn du keine Gruppe selber baust, hängst du vermutlich genauso lang oder du hängst definitiv genauso lang an diesem bescheidenen LFG-Tool, wie du im Dungeon-Finder-G gehangen hast. Also das, was da Blizzard gemacht hat, ich meine, ich habe es jetzt wirklich nur drei, vier Mal nutzen müssen, weil genau in der Früh oder am Abend, wo eigentlich kein normaler Mensch mehr spielt, auch kaum einer aus der Gilde online ist, da kommst du einfach nicht drum rum. Einen Handelschat willst du eh nicht mehr voll spammen, weil sonst bist du gleich von allem auf den Servern ignoriert. Aber kannst du auch nicht. Und in den Gruppen-Channel einen Handels-Channel kannst du zuspammen, wie du willst. Ach so. In der Suche nach Gruppen-Channel musst du dich eh anmelden. Genau. Aber dann ist es eh, instant wird beantragt, irgendjemand beizutreten, Leute Ninja inviten einen als Tank oder als Heal. Da fehlt auch die Interaktion dazu. Ich meine, das ist einfach so und das ist für mich jetzt und war für mich auch früher so dieses, das ist ein Community-Problem, das ist wie wir das Spiel spielen. Der Großteil will einfach schnell eine Instanz finden, der Großteil hat also, manch einer hat vielleicht doch nur wie du jetzt eine Stunde Zeit zum Spielen, da wäre es einfach, also ich bin weiterhin für die Einführung von diesem Dungeon-Finder, weil es einfach keinen Unterschied mehr macht. Ich meine, wenn ich in der großen Gilde bin oder wenn ich in der Gilde bin, dann finde ich immer, wenn ich Lust habe, jemanden aus der Gilde, mit dem ich spielen möchte. Wenn ich jetzt einen schlechten Tag hatte, weder ins Discord oder ins TeamSpeak will oder gerade mit irgendjemandem aus der Gilde überhaupt schreiben will und einfach nur schnell reingehen, der Daily HC machen und wieder mich auslocken, dann ist es weiterhin so, dass der Dungeon-Finder einfach top ist. Jetzt mit zwölf Layern und allem möglichen, die Immersion, die Weltbildung ist eh schon weg. Mit Layering auch noch, äh, mit Phasing auch noch dazu. Da siehst du eh 80% vom Server nicht neben dir stehen. Von daher, wieso kann ich mich nicht mit 80% vom Server einfach über dieses Tool anmelden und ich bin in der Instanz, von mir aus werde ich sogar nicht mehr hingeportet, aber die Gruppe wird zusammengewürfelt, schnell rein, bums, fertig, aus. Also du hast halt... So macht es der Dungeon-Finder einfach nur, nur kompliziertere Gruppe zu bauen, obwohl es einfach ist. Du hast halt diesen einen Nachteil, finde ich, noch beim Dungeon-Finder, dass die Leute halt jetzt schon anfangen mit, äh, du kommst aber nur mit in die Daily HC, wenn du einen Gearscore von 4000 hast. Und das hast du bei diesem echten Dungeon-Finder, also den, wo wir jetzt nicht haben, das hast du halt nicht, weil du wirst da zusammengewürfelt und fertig. Das ist schon einer der Vorteile. Aber, ähm, also ich... Ja, aber Gearscore ist nichts weiter als ein erster Anhaltspunkt. Alles andere, nimm mal einen Paladin, der ist 80 geworden, war am nächsten Tag aushilfsweise, äh, Naxx 25 mit dabei. Ich hab sechs, äh, sechs Heal-Items eingestellt, hab das nächste Mal einen Raider alleine gehalten, hab mich angestellt wie der letzte Vollidiot, weil es einfach nicht meins ist, mit einem Paladin zu heilen. Und jetzt mag einer sagen, hey, Paladin heilen ist nicht schwer, ist es auch nicht. Aber es ist auch nicht einfach meins, dass ich sage, okay, hier warte ich, Cast abbrechen, bla bla bla. Äh, mal abgesehen davon ist der Gearscore sowieso schon in jedem Dings. Von mir wird jeder ignoriert danach und Gearscore fragt. Dann mach ich einen, mach ich einen Gear-Check, schau mir das an und dann nehm ich ihn mit oder nicht. Klar, wie gesagt, erster Anhaltspunkt oder, ähm, äh, ne Marke für mich selber, die ich erreichen will. Ich hab's, I don't know, ich schau mir das auch gern an. Aber, ach. Du würdest doch jetzt niemals schreiben, also, was ich grad mit, mit der Aussage meinte, Nico, ist, dass, ähm, im, im Dungeon-Browser dann drinsteht, äh, ja, ähm, wir suchen noch zwei DDS, aber hab mindestens 3.800 Gearscore und das brauchst du halt nicht. Also, da, ich hab blaues und teils episches Gear, also so Pre-Raid bis langsam, aber ich komm easy durch. Unfassbar easy. Und, also, das find ich halt eher dann solche Geschichten. Gibt's zum Glück noch nicht so oft. Ähm, aber ich glaub, wenn wir, wenn wir das LFG-Tool mal, mal auseinandernehmen, da können wir einen komplett eigenen Talk, äh, darüber machen. Also, ich find, ich find diese zwei Vorteile mit, dass die DPS schneller reinkommen, plus, dass du halt viel mehr interagierst, vor allem mit der Gilde, find ich einen Vorteil. Aber ja, ich geb dir auch recht, einen riesigen Unterschied zu diesem Dungeon-Finder wird's vielleicht auch nicht geben, weil man wird jetzt schon einfach Ninja-invited und man, ich bin für drei angemeldet und weiß gar nicht, wohin's geht, so ungefähr. Und dann, eben. Klar, aber dann, dann schreib ich halt, hey Leute, danke für den Invite, wie geht's euch? Da bin ich aber vielleicht auch anders und da gibt's andere, die dann vielleicht auch nicht kommunizieren oder wie auch immer. Also, es hat Vor- und Nachteile, aber lass uns das gern mal, weil ich glaub, das ist ein Thema, wo viele so ein bisschen in den Fingern juckt. Lass uns da einfach mal eine eigene Folge machen. Können Sie mal reinschreiben, wie eure Meinung zum LSG-Tool ist. Abschluss zu dem Thema noch deine zwei Punkte. Den ersten, glaube ich nicht, dass es einen Unterschied macht, weil du als DTler weiter, also genau so lang wartest, das ist meine Meinung. Könnt ihr mir gerne als DTler mal in die Kommentare schreiben, wie lange ihr ohne effektiv was zu machen für eine Gruppe wartet, dass ihr eingeladen werdet. Ähm, und auf der anderen Seite, dafür ist eine Gilde da, dafür habe ich eine Gilde, dafür bin ich in einer Gilde oder in irgendeiner anderen Gemeinschaft oder eine Friendlist, dass ich schaue, okay, hey, Bock auf eine HC-Folgas. Ja, klar. Das sind keine Punkte, die für mich irgendwas mit, ja, weißt du, was ich meine? Ja, aber da gibt es viele, die das halt vielleicht nicht so sehen. Also, ich finde es jetzt schon immer cool, dass ich, ich will nicht sagen, dass ich gezwungen werde, als Gildenleiter mit meiner Gilde was zu machen, um Gottes Willen. Das ist ja eher so ein komplett allgemeiner Punkt, wo vielleicht auch andere Leute betrifft. Und, äh, ich habe, habe so abschließend noch ein gutes Beispiel. Ich hatte in meiner Levelphase, ähm, viermal denselben DD, der ist halt so mit mir gelevelt, hat halt auch jeden Tag so ein Level gemacht. Und, ähm, mit dem war ich so zufälligerweise immer im selben Dungeon. Und, ähm, den habe ich halt, aber nicht in meiner Friendlist gehabt, den habe ich halt immer so im Dungeon-Browser gesehen. Der hat nicht aktiv gesucht, der hat sich halt angemeldet und ich schreibe den wieder an. Ich als Heiler, hey, hast du wieder Bock? Und wir kennen uns ja von gestern. Und er so, ja, cool, uns wieder zu sehen. Ähm, ob das über den Dungeon-Finder, der dann, der dann serverweit, über ganz verschiedene Server auch so gewesen, äh, oder gesucht hätte, mag ich zu bezweifeln. Mit so einem Dungeon-Finder, Realm-weit, äh, und ohne Port gehe ich ja auch noch mit. Wobei, ach, nevermind, ich gehe auch mit dem normalen Dungeon-Finder mit. Ich will jetzt hier wieder irgendwie niemanden verärgern. Ich bin da mit, die Schweiz und bin da neutral. Aber ich will nur sagen, dass das meine zwei positiven Punkte sind. Wenn wir ein Video machen würden mit, was sind die negativen Dinge, würde ich wahrscheinlich auch das LFG-Tool draufschreiben. Aber da hätte ich dann, dann, dann nochmal eine andere Begründung. Das machen wir dann aber im nächsten Video. Ähm, ich würde, Ja, in deinem Beispiel hast du ja dann prinzipiell, ob, äh, aktiv oder passiv eine, ich würde nicht sagen Freundschaft, aber eine, eine passive Partnerschaft oder passive Bekanntschaft mit dem, mit dem Dude eigentlich. gegangen bist. hey, du wieder, zock mal, ob der jetzt in der Friendlist aufgetaucht wäre, ähm, slash who im, im heulenden Fjord oder so. Ach, den kenne ich, mit dem habe ich schon mal gespielt. Fertig. Wenn ich jetzt in meiner, in unserer Gilde schreibe, hey, jemand bockt, dann kenne ich die Leute, dann habe ich mit denen schon mal gespielt. Äh, und die sind halt in einem separaten Chat so gesehen. Was weiß ich, was ich meine. Hm. Ja, ich verstehe deine, deine komplette Argumentation. Also, ich, ich bin da, wie gesagt, auch neutral, aber das waren jetzt nur so meine Dinge, die ich, also für mich, das ist ja nur so ein Learning aus, aus meinem, äh, spielen oder aus, aus den letzten, äh, 14 Tagen, wo ich so gezogen habe. Und da dachte ich mir schon, also ich habe mit ganz vielen Guildies auch mal wieder gespielt, mit denen ich vielleicht eher weniger was zu tun hatte, weil die in einer anderen Raid-Gruppe sind und, ähm, oder die, die ich auch einfach lang so nicht mehr gesprochen hatte. Und deswegen hatte ich für mich gesagt, es hat es verstärkt, ähm, genau. Aber, wie gesagt, ich bin da nicht pro oder kontra, das war nur für mich ein positiver Fakt aus diesem Konstrukt LFG-Tool, dass das Tool per se an und für sich nicht geil ist, da brauchen wir uns ja nicht streiten, also dass es besser funktionieren könnte. Aber lass uns den Punkt mal abhaken, also, du merkst ja, das ist, das ist ein Thema, da hat jeder eine ganz andere Meinung und da gibt es wirklich auch zwei Lager, das haben wir ja auch bei, bei unseren Mana-News-Videos rausgefunden, wo wir mal über den berichtet hatten im Vorfeld zu VUTLK, die Kommentare waren voll mit, ähm, Gott sei Dank kommt er nicht und die anderen haben geschrieben, äh, jetzt spiele ich nicht VUTLK, weil er nicht kommt. Also, super kontroverses Thema, wo wir einfach mal einen separaten Talk aufmachen. Ich würde jetzt gerne mal noch zum neunten Punkt springen, ähm, da habe ich mir notiert das Twinken. Ähm, da kann ich nicht viel mitreden, weil meine Twinks oder meine, meine Alt-Chars sind beide noch Level 70. Ähm, du hast da, du hast da schon den weiteren Char auf Level 80 hochgezogen, ähm, und da gibt es ja Erbstücke, man kann den Kaltwetterflug gleich verschicken, dass du ab Level 70 schon fliegen kannst oder sogar ab Level 68 schon. Ähm, es gibt den XP-Buff aus 1000 Winter und es gibt ja bei dem, ähm, Angelwettbewerb sogar noch den Ring mit 5% mehr Erfahrung, der, glaube ich, relativ rar ist, aber den du ja hast. Was sind so deine Erfahrungen vom Twinken? Also Lich King hat das Twinken echt, äh, wieder angenehm gemacht, sag ich mal, vor allem, wenn man, ja, nicht nur viel Twinker ist, sondern generell eine andere Klasse gerne spielt oder seine Charaktere einfach hochleveln möchte. Äh, die Erbstücke insgesamt 25% mehr XP auf alles. Also mit allem. Schmutterbrust und Ring. Den Ring bekommt man vom Kalorag-Angelwettbewerb jeden Samstag 14 Uhr. Äh, einfach rumfliegen in, äh, schwärmenangeln und auf Glück zu einem Schreckenshammerhai oder wie das Ding heißt, als einer der ersten 5 auf dem jeweiligen Layer gewinnen und abgeben in Dalaran. Dann kann man sich eben aussuchen, ob man den Ring mit mehr XP will oder eben, ich glaub, Schuhe oder Handschuhe mit plus 40 angeln. Aber der Ring ist, der Ring ist accountweit. Entschuldige, das ist ein Erbstück. Ah ja, okay. Ein Schreckenspiratenring. Genau. Sorry, wollte ich gar nicht unterbrechen. Und das macht das Ganze auch angenehmer. Jetzt vor allem für, ich sag mal, Leute wie mich, die auch in Retail fast ausschließlich in Lich King gequestet haben. Auch jetzt zu BFA oder, ja, Shadowlands habe ich nicht mehr gespielt. Äh, immer wenn ich einen neuen Charakter gemacht habe, habe ich mir, habe ich in Nordend gequestet. Äh, ich muss die Questtexte nicht mehr lesen, ich will sie nicht mehr lesen, ich muss nicht alles zum 20. Mal machen. Ich weiß, wo es hingeht. Äh, ich weiß, was ich mache. Von daher und 25% mehr XP, das sind bei, bei 10 Leveln von 70 auf 80, was sind das? Dreieinhalb Level fast? 3,333 Level? Spart sich schon einiges auf jeden Fall. Wenn ich mir prinzipiell spare, dann hast du noch einen Rested XP Bonus. Ich habe jetzt in einer fünfstündigen Session tatsächlich meinen Paladin von 70 auf 75 gebracht und hatte noch 4% Erholungsbonus, äh, als ich 75 geworden bin. Aber ich sag dir, dass der... Ich habe eine oder zwei Instanzen gemacht, aber mit den, ja, 30% mehr XP von 1000 Winter und jetzt während dem Dings kriegst du, während Halloween kriegst du auch nochmal 10%, also... Ah ja, stimmt. Der Halloween war ab 20 Uhr, ja. Zwischen 20 Uhr und 6 Uhr da einfach vor an der City gehen, dann diese Kohle da vor dieser brennenden Statue looten und schon habt ihr 10% mehr Erfahrung und Ruf zu wachsen. Also, ist Bombe. Ähm, hast du, oder, also, was ich noch sagen wollte zum Twinken, was ich gemerkt habe ab Level 77 ist halt das Kaltwetterfliegen. Also, dass du halt in Norden fliegen kannst. Das war für mich ein Gamechanger. Also, auf einmal bist du halt, ich will nicht sagen doppelt so schnell, aber du legst wirklich, du legst unfassbar zu und es macht auch, finde ich, deutlich mehr Spaß. In Zul, Track musst du immer wieder über die Treppe und dann musst du da wieder hin. Also, für mich war das Fliegen allein schon eine richtige Erleichterung. Aber man, es hat sich so richtig angefühlt, oh, jetzt habe ich es mir erarbeitet, jetzt bin ich da wirklich sieben Level durchgeritten und das war auch cool, also, wenn ich mich nicht falsch verstehen, ich fand das auch geil. Man kriegt die Welt dadurch halt ein bisschen mehr mit, anstatt, dass man AFK mit Dauerlauf da drüber fliegt. Aber, für mich war es von der Geschwindigkeit, hat sich dann schon echt belohnend angefühlt. Das wird ja auch so ein riesiger Punkt sein, oder? Also, die Kombination natürlich aus den Erbstücken oder dem Ring oder dem ganzen Buffs plus halt das Fliegen, oder? Ja, absolut. Also, ohne Fliegen würde ich auch vermutlich nicht mehr weiter trinken, jetzt noch meine anderen Chancen noch nachziehen, weil das Abs, zwischen vier bis sechs Stunden, wenn du schnell bist, sind es vier Stunden, was du beim ersten Charm machst und wenn du dir wirklich ganz genüsslich Zeit nimmst, deine Berufe mitnimmst und allen anderen Schmarrn, dann brauchst du halt sechs Stunden. Und wie gesagt, pro Level, ja. Und meine Session mit dem Paladin von 70 auf 75 waren insgesamt sechs Stunden oder so. Ja, das ist so krass. Am Stück, wo ich sage, hey, pass auf, Epic Fliegen hatte ich noch aus TBC, sind klar, 5000 Gold, das ist irgendwo auch dann eine Goldgeschichte und eine Marken beziehungsweise Steinbewahrersplitter oder wie die Dinger heißen Geschichte. Du musst, damit du das so schnell machen kannst, vorher mit deinem Main Gas geben. Du brauchst entweder 80 Marken für Schulter und Brust oder sogar noch mehr, also Heroic Marken, damit du dir die kaufen kannst. Du brauchst 1000 Gold fürs Kaltwetter fliegen und am besten noch 5000 Gold fürs Epic Fliegen. Also, du musst einiges machen, du musst den Angelwettbewerb gewinnen, was auch ein reines Glück war. Ich habe mich, wir haben unser Kinderzimmer gestrichen und ich habe mich kurz eingeloggt, weil ich gedacht habe, hey, schaffst du mal kurz rein, machst du irgendwas? Und dann, dann schreit Anton, hey, fünf Minuten Angelwettbewerb. habe ich sofort hingeflogen zum Angeln, einmal geangelt, zehn Minuten später oder fünf Minuten später hatte ich das Ding da und dann war der Ring da. Also, man braucht Glück, man braucht, vorher braucht man Glück, man braucht viel Zeit, um sich natürlich die ganzen Marken zu erarbeiten oder Splitter und du brauchst Gold, was auch wieder Zeit ist und vielleicht, oder vielleicht Glück irgendwie. Also, da muss schon viel Vorarbeit geleistet werden, damit du sagen kannst, hey, ich ziehe jetzt meinen Twink in zwei Spielsessions irgendwie auf 80 nochmal hoch, wenn du sie überhaupt auf 70 hast. Mein Mage, den ich in Classic gespielt habe, den muss ich jetzt noch sechs Level irgendwie durch die Scherbenwelt schleifen, damit ich dann überhaupt mal hier anfangen kann. Aber da gibt es ja auch schon Erbstöcke, oder? Erbstöcke kannst du da tragen ab Level 1. Erbstöcke kannst du, glaube ich, ab Level 1 tragen, ja. Ja, genau. Okay, also ich werde, ich freue mich jetzt auch dann schon mal so nebenbei, vielleicht noch meinen Shami auf Level 80 hoch zu bringen, aber voll entspannt. Ich werde wahrscheinlich immer so den Erholt-Bonus halt ausnutzen. Das kam ja, das hast du ja auch schon gesagt, das kam ja bei dir auch noch dazu, dass der Paladin erholt war. Dann, klar, dann geht es halt schon irgendwann schnell. Aber so ein bisschen Twink und deswegen, wie vorher schon erwähnt, nutzt die Phase 1 aus. Da gibt es noch relativ wenig zu tun. Die Raids sind nicht so schwer, aber entspannt Twinken. Hört euch genau diesen Podcast nebenbei einfach an oder diesen Talk und questet einfach ein bisschen und genießt die Welt. wo ich auch direkt zum letzten Punkt kommen würde. Das wäre der Punkt namens Erfolge. Erfolge gibt es ja auch erst seit WUTLK oder besser gesagt seit dem Pre-Patch zu WUTLK und ich bin jetzt nicht dieser klassische Erfolgsjäger wie vielleicht du, der wo dann, ich meine, ihr habt ja schon diese ganzen, vielleicht kennst du auch die Namen zu den Erfolgen. Da gibt es doch den, dass du alle HC-Instanz-Erfolge machen musst, dass du diesen Proto-Drachen bekommst. Weißt du gerade den Namen? Wenn nicht, ist auch egal. Aber du weißt, was ich meine, oder? Ja, ich weiß, was du meinst. Genau. Heldizing-Weiden oder so, glaube ich. Genau. Oder dann gibt es ja diesen Meta-Erfolg für, wenn du, wenn du alle, wenn du alle Events abschließt von WUTLK, das ist mir gerade einfach das Wort nicht eingefallen, also sowas wie das Halloween-Event oder das Bräufest oder die ganzen Events, wenn du dort alle Quests machst oder die vorgegebenen, dann gibt es ja diesen Meta-Erfolg, da hast du den Namen auch gerade nochmal. Du bist heute so meine Datenbank, Nico. Was für eine lange und seltsame Reise. Genau. Und da gibt es ja dann auch nochmal einen Proto-Drachen. Welche Farbe hat der? Lila-Violette. Wie aus der Pistole. Genau, so brauche ich dich. Genau. Und ich finde, also die Erfolge, also für mich als Person, dem das nicht so wichtig ist, selbst ich mache jetzt alle Halloween-Quests, weil ich mir denke, boah, das nehme ich jetzt halt mit. Das macht mir jetzt schon Bock. Und davor in TBC und in Classic, muss ich gestehen, sind mir die Events relativ an der Nase vorbeigegangen. Da habe ich halt die gemacht, die mir irgendwie einen Vorteil geben oder die mir irgendwas bringen. Aber an und für sich war mir das Event egal. Und jetzt muss ich wirklich sagen, es ist cool. Und dann auch immer zu hoffen, jetzt bei dem Halloween-Event mit Süßes oder Saures, ah, ich brauche noch das Item, bitte ist es drin. Oder den Reiter zu machen, allein wegen dem Achievement. Und weil dieses Achievement auf diesen Meta-Erfolg aufbaut, gibt mir halt den Anreiz. Du bist ja auch so ein Erfolgsjäger, oder? Nicht aktiv. Ich habe das eher als Checkliste, was ich noch machen kann, wenn mir langweilig ist. Okay. Weil ich fange jetzt nicht an, nur weil es da ist, hier Meister der Lehren noch nachzuholen. Mit dem DK sowieso nicht. Da müsste ich komplett östliche Königreiche Kalimdor. Aber wenn ich mir wirklich nichts zu tun habe, wirklich nicht, da muss aber schon viel passieren, dann schaue ich da hin und weiß, was ich machen kann. Ich meine, klar, jetzt der Proto-Drache am Ende, das ist eine Belohnung, die möchte man haben, wenn man den Proto-Drachen schön findet, zum Beispiel. Wenn nicht, dann machst du es auch nicht. Dann machst du auch weiterhin nicht die Erfolge. Also das ist einfach eine Checkliste mit Goodies am Ende oder mit ein paar Goodies, weil immer kriegst du sie nicht. Und auch eine Herausforderungsgeschichte jetzt. Die verseuchten Proto-Drachen zum Beispiel, Naxx 10er, Naxx 25er Achievements, sind so die ersten Hardmodes so gesehen. Hatten wir, glaube ich, im Letzten auch schon erwähnt, wo man dann am Ende auch was dafür bekommt, wenn man alles gemacht hat. Oder jetzt der rote Proto-Drache bei den HCs. Ja, aber im Grunde ist das wirklich nur so ein Nebensystem, das reine optische Goodies am Ende gibt und Checkliste zum Mir wird nicht langweilig. in einem Spiel, in dem es dir eigentlich kaum langweilig werden kann. Ja, aber ich finde, diese Erfolgsjagd macht schon Spaß und ich glaube, da gibt es schon den einen oder anderen, die da halt extrem Bock haben. Wenn die sehen, ich mache einen Erfolg und dann steigt deren Erfolgspunktzahl. Pre-Patch kam raus und die Leute haben erst mal erforscht Kalimdor und sind halt noch die letzten Ecken abgelaufen, dass sie diesen Erfolg bekommen. Wo ich das Erfolgssystem so richtig geil finde, ist, wie du ja auch schon angesprochen hast, in dem Thema Schlachtzügen. Da gibt es doch der Undying zum Beispiel, dass du halt in Naxxramas keinen Spieler verlierst, also es darf niemand sterben und das reizt mich halt eher. Also ich spiele das Spiel wirklich, weil ich das Raiden liebe, weil mir das unfassbar Spaß macht und dann im Hinterkopf zu haben, boah, heute gehen wir das an, heute probieren wir das, heute stirbt niemand, heute konzentrieren wir uns nochmal etwas mehr. Genau solche Dinge finde ich halt geil. dass du da dann halt nochmal so ein paar Geschichten hast, die dir noch einen anderen Anreiz geben, Naxxramas, wo du schon hundertmal gecleared hast, dieses Mal noch besser zu spielen. Und ja, also das finde ich schon cool. Ich meine, es gibt ja noch ganz andere Erfolge, von Berufserfolge. Du kriegst halt irgendwann, wie du ja auch schon sagst, so eine Art, was du alles erreicht hast. Und ich schaue dann auch gern mal durch. Also ich meine, jetzt ist es noch nicht so lange her, aber ich sehe halt einfach, den Erfolg habe ich vor drei Wochen gemacht, weil da war ich das erste Mal in der Instanz. Es ist wie so ein kleines Tagebuch, finde ich auch. Oh, absolut. Ich saß jetzt die Stunde, wo wir reden oder so, in Dalaran vorm Brunnen und habe Münzen geangelt, weil ich gerade anders nichts zu tun habe oder weil ich mich auf etwas anderes nicht konzentrieren kann, während wir hier zusammensprechen. Also, und am Ende gibt es da auch einen Erfolg, von daher, wieso nicht? Schau, also bist du doch ein Erfolgsjäger. Ja, aber nicht aktiv. Ja, ja, okay. Was soll ich Großartiges machen, wenn wir uns unterhalten und ich mich konzentrieren muss, dir auf die Pistole geschossen, den Erfolg nennen muss? Da kann ich nicht währenddessen noch eine Inni oder ein Raid leiten oder irgendwie einen Scheiß. Also von daher muss ich irgendwas machen, wo ich wirklich Brainalfk im Spiel einfach nur klicken muss. Das heißt, ich setze mich vor den Brunnen, schmeiße meine Angel rein und ziehe sie wieder raus. Ich schaue einfach, wen es interessiert. Ich schaue seit einer Stunde mein Mikrofon an, weil ich so eine laute Tastatur habe. Da muss ich mal an meinen Aufnahmesettings noch mal was fixen. Ja, okay. Dann haben wir die zehn Punkte durch. Als letztes Thema habe ich wie immer, oder was heißt wie immer, hätte ich noch mal ein Gewinnspiel. Dieses Video kommt raus am Sonntag. Also heute Abend, für die Leute, die es direkt angucken, wird das Gewinnspiel ausgelöst, wer diese vier Northrend Heroic Packs gewinnt oder Upgrades gewinnt. Also schaut unbedingt bei uns im Community-Tab rein. Dort stehen die Gewinner. Checkt die bitte ab. Wir ziehen die und geben die dort bekannt. Heute ist Samstag nur nebenbei. Ja genau, aber das Video kommt morgen. Also für die Leute, die sich das Video gerade eben anschauen, am Releasetag, es ist heute Abend so gesehen. Genau. Wir haben aber noch mal ein Gewinnspiel. Wir verlosen heute einmal 30 Tage Spielzeit. Ihr müsst dafür wie immer nur den Channel abonnieren, einen Daumen nach oben geben und schreibt uns dazu in drei Wörtern, was euch am meisten in WUTLK gefällt. Ihr könnt auch nur ein Wort schreiben. Mir reicht auch schon, wenn ihr reinschreibt, Rates. Ihr könnt aber auch reinschreiben, die geilen Rates. Erdbeerkilfe. Ja, Erdbeerkilfe nicht, weil das hätte keine Relation zu WUTLK. Aber ihr wisst, was ich meine. In ein bis drei Wörtern, was euch taugt. Und dann ziehen wir wieder einen Gewinner und den gibt es dann wieder am darauffolgenden Sonntag bei uns im Community-Tab. Also am 30.10. hauen wir den dann raus. Genau. Dann wird es das auch schon wieder gewesen sein. Nico, wenn du nichts mehr zu sagen hast, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören und wie immer genügend Manertränke mitnehmen. Man weiß ja nie.